Hallo, mein Name ist José Arce. Ich bin Mensch-Hund-Therapeut und habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Verbindung von Mensch und Hund wiederherzustellen. In meinem neuen Buch, die José-Arce-Methode, Liebe deinen Hund, erkläre ich dir, wie du die Basis für eine glückliche Mensch-Hund-Beziehung schaffst. Wenn der Hund an die Leine muss, haben viele Halter gleich ein schlechtes Gewissen. Dabei kann ein Hund auch angeleint viel Spaß mit seinen Menschen haben. Mit meiner Methode lernst du, wie du mit einem Hund richtig spazieren gehst. Damit gibst du ihm Struktur und Sicherheit und baust Vertrauen auf. Ich zeige dir, wie du Alltagssituationen meisterst und Konflikte entschärfst, wie du Grenzen setzt und Probleme ausräumst. Damit machst du deinen Hund und dich glücklich, denn richtig spazieren gehen ist der Schlüssel zum besseren Miteinander. Die José Arce-Methode, Liebe deinen Hund, wie sie beim Gassigehen die Beziehung stärken. Die Beziehung stärker ist der Schlüssel zum besseren Miteinander. Die Beziehung Das W Yep structuredt zum Fulk." Weg dich, Dreck, 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 Dreck... Dass wir die Beziehung stärker ist als panic.